Hallo, ich habe mich gerade hier zu meinem Hund aufs Körbchen gelegt, weil ich ein süßes Foto für die Insta-Story machen wollte und während ich Fotos gemacht habe, hat er einfach seinen Kopf genommen und unter meinen Hals geschoben und es ist so süß und so knuffig und am liebsten würde ich den ganzen Tag hier liegen bleiben, aber ich muss arbeiten, das bedeutet, ich muss eigentlich vor sieben Minuten aufstehen, weil ich jetzt Dinge erledigen muss, aber es geht nicht, weil es ist so süß und ich will die nicht weg und es ist so weich und flauschig und knufflig in meinem Nacken und naja, eigentlich wollte ich das nur kurz mitteilen, vielleicht hat es euch ja den Start in die Woche versüßt. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü